hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde hier zu einem weiteren teil transport fieber diesen sechs auf meinem kanal ja ich könnte sehen ich habe die zeit ein bisschen fortlaufen lassen aber nur ein halbes jahr mit 32 millionen weil ich wollte jetzt unbedingt hier unsere s1 umbauen und hat sechs leute das ist auf jeden fall zu wenig und hier warten noch 230 ja und die städte sind dann einfach die größten deswegen auf dieser linie muss was passieren jetzt ist die frage was auf dieser linie passieren soll dennoch noch mal raus ich weiß nicht wie die züge aussehen ich hatte die möchte mir aber noch mal ganz kurz angucken weil ich hatte die züge einmal gekauft in meiner folgen spielstand noch mal und die sah nicht so schön aus es geht hier um die münchen um an die kann 180 leute transportieren das 18,9 millionen und kann 140 fahrhaus fiktiver eigentlich cut 90 kanal aber 234 also wir nehmen an die 1 80 und kann 140 kam er fahr das ist schnell genug kostet drei millionen hier also gerade kommen was die anderen kosten 23 millionen schaunterschied 222 meter lang welchen nummern gucken wie aussieht weil ich meine Ne, will ich auch nicht klonen Linie schicken Keine Ahnung, irgendwas Fake Wie die optisch aussieht Oh, die sieht optisch Gar nicht so schlecht aus Ich weiß, das ist eine U-Bahn Aber die ist einfach im Moment Das Beste, was zu uns passt Ja Ich denke mal, dass wir die nehmen werden Weil wir haben jetzt nämlich Ich weiß nicht, ob wir die jetzt schon leisten können Wenn wir die jetzt ersetzen werden Ich finde, dieser Diesel ist aber kein Diesel Diese andere Option wäre natürlich Hier unsere ganz normale BR draufzusetzen Die kann 136 Leute Transportieren Ähm Kostet 13,8 Millionen So, die müssen aber früher oder später Muss sie in eine Doppeltraktion fahren und die hat jetzt nur eine Eine Kapazitäterweiterung von 30 Passagieren Das ist zu wenig Wir brauchen definitiv mehr Und da müsste ich die jetzt schon direkt in Doppeltraktion fahren lassen Und Dann habe ich nicht genug Geld Und wenn wir jetzt in Doppeltraktion fahren lassen würden Weil ich möchte die ganz gerne in Blau dann haben Sofort ersetzen Brauchen wir 106 Millionen Und das ist einfach ein bisschen viel Wir haben nur 37 So, wenn ich jetzt aber in Äh Brauche ich 36,9 Das könnte ich jetzt machen So, das heißt Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Geld für den anderen Zug Auf jeden Fall Äh Aber dann würde ich nur um 30 Plätze erweitern Und 30 Plätze ist nicht genug So Also müsste ich schon irgendwie Unter elektrisch habe ich nichts anderes mehr Wo seid ihr außer die hier Die kann nur 72 Ist nicht so teuer Sieht aber dafür auch scheiße aus Ist mal auf gut Deutsch zu sagen Ähm Ansonsten habe ich nichts das irgendwie noch groß ist Die beiden hier Also der Was ist 15 Millionen Den hätten wir noch Der kostet aber einer 36 Millionen Das ist viel zu viel Geld Das habe ich nicht Den hätten wir noch Kost 23 Millionen Bringt nichts Ist nicht größer Und 25 Den hier noch 27 Millionen Ist zu teuer Da ist nichts Was ich nehmen kann Dann können wir hier noch Diese englischen Kackdinger nehmen Die alle scheiße aussehen Ich habe gehört Da gibt es wohl ein Update für Aber das habe ich dann nicht Mit Ansage ohne Ansage Das wären 18,9 Millionen Im Prinzip ist das das einzige Was im Moment Für uns passt Wir brauchen 62,5 Millionen Das heißt Wir lassen jetzt die Zeit Einmal volle Pulle durchlaufen Ähm Verdienen in der Zeit Ein bisschen Geld Und äh Mein Anliegen war jetzt London Jetzt geht es leider doch Wieder um Busse Ha Die werden jetzt vielleicht ausschalten Ähm Das tut mir leid Aber Mich stört das hier Dass die ganzen Leute Hier alle warten Auf dem Bus Und die großen Busse Hier gar nicht vernünftig Alle Wenden können Jetzt guckt euch das mal an Ne Der knackt jetzt hier hinten schon weg Und von dem gleich mal ganz zu schweigen Wie der hier steht Das ist einfach alles viel zu eng So Meine Idee war jetzt Da wir wirklich so wunderschöne Äh Bus Terminals auch haben Sowas hier Ein bisschen groß Jetzt vielleicht gerade Also im Prinzip ist er nicht auch zu groß Ähm Ähm Könnte man die hier hinbauen Oder den Ist jetzt aber auch nicht so schön Den könnte man hier hinsetzen Deswegen müssten wir eigentlich jetzt Doch das Spiel mal auf Pause machen Und das hier alles mal gerade wegreißen Machen wir jetzt mal Das wird jetzt ein bisschen teuer Ähm Jetzt war das mal gerade so auf Pause Sonst baut die Stadt ja gleich wieder neu Also wir können jetzt den hier hinsetzen Kollision 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 Keine Kollision So Also wir kriegen den hier schon irgendwie hin Der wird ziemlich tief sein So Das ist natürlich jetzt die Frage Warum wir das hier hin Wir brauchen auf jeden Fall langfristig mehr Busse Und vielleicht können wir auch eine Tram mit reinsetzen Die jetzt den ganzen Ich sag jetzt einfach mal von meiner Sicht aus gesehen Norden ist oben Den Westflügel damit machen Ähm Let's auf beides gehen Den hier so dicht wie möglich Dransetzen So Sieht jetzt optisch war nicht ganz so schön aus Das kann man natürlich über alles mit dem Terrain Tool Wieder schön machen Eventuell Oder auch nicht Kann man Kann man nicht wieder wirklich schön machen Können wir das Ding nochmal gerade abreißen Und das hier nochmal gerade ein bisschen schöner machen So dass das hier nämlich Alles so ein bisschen toller aussieht So Die Straße ist natürlich nur da oben jetzt Das ist halt das Das Problem was wir haben Kollision So Hier ist es jetzt aber ebenerdig Einigermaßen So Jetzt haben wir das Problem Dass wir hier unten sind Wir müssen jetzt aber da hoch Machen wir das denn jetzt Zeit können wir weiterlaufen lassen Aha Problem ist jetzt diese Straße hier Pause Das wird jetzt nochmal ein paar Euro kosten Wir müssen halt jetzt mal gerade London optimieren Da komme ich nicht drauf, weil da der Bushaltestelle ist Ah shit So geht's Ja So So haben wir da keinen großen Knick drinnen Und die Straße hier Die Lütte Äh Nein Äh Ja Tja Das ist eigentlich eine Idee Dass wir da rüber gehen Hier Mal gucken, ob wir es denn kriegen Also nicht Ja Wie kann man das da schon irgendwie hin Brückenpfeiler Kollision Das kommt mal an, was wir jetzt nehmen Was ist denn für eine Brücke? Finde ich noch gar nicht Machen wir überall eine Brückenpfeiler Kollision Ähm Jetzt nur hier rüber bauen Das wird auch nix Okay, das funktioniert auf jeden Fall nicht Ähm Was machen wir denn Wir können dann die kleinere Straße hier noch weiter bauen So Dann wollen wir da bauen hier Wenn wir da jetzt mit drauf gehen Äh Ist schon ganz schön steil, ne? Aber London liegt halt bei uns hier mitten am Berg Was brauchen wir jetzt wie viel Geld? 60 und mit 60 Millionen, ne? Boah Naja Wenn das ja alles hier zugewachsen ist Dann sieht das schon gar nicht mehr so schlecht aus Denke ich mal Lassen wir es jetzt einfach mal so passieren So, dann werde ich mich jetzt, äh London Bus Wird jetzt hier einmal umgelegt London Haltepunkt Was ist denn das jetzt hier für ein Platz? Die kommen von 4 Also müsste das 5 sein London Mhm Das heißt aber, dass London 4 Wegfällt Die nach 3 Auf den geht Und London wegfällt So 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 machen wir es erstmal Das ist die London Das ist die andere Die hält auch da Und setzt da ganz schön viele Leute ab Wird wegfallen Die Straße Nummer 10 Äh Äh London London fällt weg Und dann geht es nach der 8 Dahin Ach, da kommen wir nur von der Seite durch, oder was? Eng Einbahnstraße Ja Nee Dann nicht Dann müssen wir nach der 9 Dahin Dahin Aber ich möchte nicht in den Trambahnhof Ich möchte in den Busbahnhof Ach man, was soll der Scheiß denn jetzt? Aber das kann ich ja umlegen Äh Geht auf die 3 Natürlich ist auch irgendwie blöd, ne? Soll ich von der einen Seite nicht reinkommen Irgendwie sieht das auch noch ein bisschen scheiße aus Nee, das gefällt mir nicht Nee, nee Das muss wieder weg Das gefällt mir nicht Ähm Dann doch lieber den hier Zwei Etagen Und da sind auch vier Teile Nee Ah, ja Elektrisch Sonst Bleiben halt die doch weg Aber die hinbauer Das geht gar nicht Wegen der Straße da oben Wir müssen jetzt hier leider doch nochmal Das Gebiet hier alles so ein bisschen Abreißen Äh Macht aber nichts Weil Setzen wir das jetzt so hin Oder setzen wir das So hin Weil da muss ich es ja mindestens hier hinsetzen Na, die Leute können da ruhig auch ein paar Meter laufen, ne? Jetzt hier hinsetze So Ist das viel zu tief Das sieht mal Völlig Blöd aus Das bugt da jetzt rein Das sieht auch nicht schön aus Ja, das mal so eine richtige Haltestelle zu finden Ist natürlich jetzt eine schwierige Sache, ne? Und damit habe ich mich jetzt aktuell gerade hier für den entschieden Weil der passt nämlich am besten mit meiner Straße eigentlich Den jetzt hier so hinsetze Elektrisch erstmal, ja So Dann nehmen wir den Ähm Ist dann erstmal egal Jetzt müssten meine Linien sich glaube ich schon mal umgeändert haben, ne? London fährt jetzt Jetzt fahren die irgendwie komplett komisch Von 8 Fährt er zu 9 Nee, da muss die 9 Kommt jetzt Als 10 Ja Genau So fahrt ihr Das ist der nächste Da kommt ein grüner Genau, und er fährt so Das ist in Ordnung Er kann jetzt aber trotzdem den da wieder mit hinzunehmen Heißt nach der 3 Kann er da ruhig anhalten So Perfekt So, und dann kriegen wir jetzt hier noch eine Straße hin Oder auch nicht Nee Nee Nee, nee So nicht Sieht ein bisschen sehr hässlich aus Nee Nee Das ist der Nachteil, wenn hier alles irgendwie Zügelig ist So wie er jetzt hier Er kann jetzt hier schön runter Können wir jetzt hier eine Kurve machen Kannst hier wieder nach oben gehen Im Prinzip kann er jetzt eigentlich hier mit drauf So Und von da Da drauf So Das wird sich jetzt alles gleich schon wieder anbauen Das ist jetzt nicht das Problem Und da sieht es nachher gleich irgendwie in einer gewissen Zeit wieder gut aus Aber so kann ich jetzt erstmal die ganzen Leute von dem Busbahnhof hier wegmachen Und die Busse fahren jetzt Vernünftig dann auch hier hin Und der hat jetzt wie viel Kapazität? 19 Werden wir aufstocken 28 So Wollt ersetzen 1 Million Können wir ausgeben Mal gucken, wie fährt der denn Der fährt so Und der fährt so Ich werde ja trotzdem noch den Tram einfach mit durchballern Aber jetzt wollte ich erst nochmal die Zeit Müssen wir jetzt schnell laufen lassen Ich möchte mich jetzt in dieser Folge eigentlich gerne noch die Züge Dafür Ändern So Jetzt können wir dann hier Die Tram Mal gucken, wie wir jetzt fahren wollen Hier runter Hier lang Hier lang Hier lang Hier lang Weil da fahren ja schon die Busse Genau Und dann können wir nämlich jetzt hier noch eine Straße bauen So ist natürlich, dass wir jetzt hier direkt auf die kleinen Straßen fahren Die können wir jetzt erstmal noch alle aus Können wir mal alle ausbauen hier Upgrade Ne Upgrade So Und die verliert wieder ihre Oberleitung So Geht's hier weiter Hier 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 wieder runter Hier lang Da sind die anderen Busse Da lang Da lang Da lang Da lang Hier lang Hier quer durch Dann Fahren wir da so wieder drauf So Haben wir jetzt nochmal eine Tram Strecke Fahren wir in beide Richtungen Dann über die Fahnen Zack 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 Wie viel Geld haben wir? 45 Millionen So Hier würde ich jetzt aber keine bauen Aber hier sind noch so viele sind Da können die Leute Und steigen die Leute alle da auf den Haltestellen um Das möchte ich nicht Ähm Dann kommt jetzt einmal noch London Tram London Tram Ich bin natürlich dann in der In Road Jetzt nur Tram Hier der Tram 2 kommt dann ja noch Zack 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 So Er möchte jetzt natürlich da lang fahren Das geht jetzt nicht Muss ich da eigentlich jetzt irgendwas hin machen Oder findet er das von alleine Wegpunkte Straßen Wegpunkte Schild Ja So Dann soll er jetzt noch den Wegpunkt dann passieren So Dann fährt er so Und dann machen wir jetzt noch einmal Die wird dann in Diese Farbe London Tram 2 Dann da Da Und fahren wir da quasi einmal Rückwärts Wieder zurück Warum sind die Busse eigentlich da Alle auf dem gleichen Äh Das ist einmal für die Platz 5 Warum bist du nicht einfach Hier So Genau Zack 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 Jetzt kommen wir hin Das ist unser Tram-Depot Entsetzen Das stört nämlich hier hinten nicht Was jetzt hier zum Beispiel reinsetzen Ne So Zack Tram So Und dann werden wir jetzt auch nicht die allzu großen Nehmen hier Geht es nur durch 48 Leute Oder 2 30er 1 2 Gehen auf die Und 1 2 Gehen auf die andere So Und dann wir sagen So Wir sind auch schon am Ende der heutigen Folge eingekommen Ähm Wir sehen uns dann Morgen wieder Bis dahin Haut rein Ciao Bis dahin 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 Untertitelung des ZDF, 2020